In den vergangenen Jahren habe ich schon sehr oft über Pokémon geredet. Über Pokémon, die ich mag, Pokémon, die ich nicht mag und noch vieles mehr. Aber eine Sache würde mich mal sehr interessieren. Welche Pokémon sind eigentlich die beliebtesten? Vor einigen Jahren habe ich bereits ein Video über meine Top 10 Lieblings-Pokémon gemacht und jetzt seid ihr gefragt. Um an diesem Community-Video teilzunehmen, braucht ihr einfach auf den Link in der Beschreibung zu klicken und dann bis zu 10 Pokémon auswählen und dann letztendlich eure Auswahl abschicken. Und es sind tatsächlich auch alle Pokémon der ersten bis zur siebten Generation wählbar. Da das aber echt eine Menge sind, hier ein kleiner Tipp. Nutzt die Suchfunktion eures Gerätes, um eure Lieblings-Pokémon schneller zu finden. Zudem sind die Pokémon auch noch nach ihrer Pokédex-Nummer sortiert, also vielleicht hilft auch das etwas bei der Suche. Für die Abstimmung habt ihr insgesamt eine Woche Zeit. Das Video kommt dann in etwa einem Monat. Sobald halt alle Daten ausgewertet worden sind, ich das Video aufgenommen habe und halt bearbeitet habe. Aber gut, ich hoffe euch gefällt dieses wirklich ultimative Pokémon-Community-Projekt und ich freue mich schon jetzt sehr darauf zu sehen, wer ganz weit oben auf der Liste landen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt erstmal viel Spaß beim Abstimmen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!